Hallo liebe Eltern, Ihre Töchter und Söhne gehören eine Zeit lang unserer Schulgemeinde an. Die Friedrich-Dessauer-Schule Limburg möchte diesen jungen Menschen Orientierung und Fundament für ein Leben geben, in dem sie sich sowohl beruflich als auch menschlich immer wieder neu ausrichten, aufrichten und zurechtfinden können. Alle sollen sie ihren ureigenen Weg finden. Ich bin Helmut Glaukötter. Als Vorsitzender vom FÖFRITZ, dem Förderverein unserer Schule, möchte ich Sie heute einladen, sich an der Förderung der FDS und ihres alltäglichen Lebens unter dem Motto Hier darf ich Mensch sein, zu beteiligen. Werden Sie Mitglied. Vielleicht für ein oder zwei Jahre oder sogar für länger. In unserem Flyer, den Sie auf unserer Homepage unter fdslimburg.de Schule Förderverein einsehen können, Wenn Sie ihn nicht gerade zur Hand haben, so wie ich. Finden Sie Anhaltspunkte für die Bedeutung von FÖFRITZ im Leben unserer Schule und dementsprechend im Leben Ihrer Töchter und Söhne. Gerne begrüßen wir Sie als Premium-Mitglieder im Förderverein. Der kein Verein gemeinsamen Lebens wie ein Sport- oder Kegelverein ist, sondern ein Zusammenschluss von Menschen, deren Interesse im weitesten Sinne ist, unsere Schule und das Schulleben durch ihren Mitgliedsbeitrag und durch Spenden zu unterstützen. Es gibt also kein ausgesprochenes Vereinsleben oder irgendwelche zeitlichen Verpflichtungen für die Mitglieder. Die Premium-Mitgliedschaft hat dabei für 21 Euro im Jahr noch zusätzliche persönliche Vorteile für Sie. Schauen Sie einfach mal im Flyer nach und melden sich dann mit dem Mitgliedsantrag an. Ich grüße Sie herzlich mit dem Kernsatz des Leitbilds unserer Schule, hier darf ich Mensch sein. Unter diesem Motto lade ich Sie herzlich in unseren FÖFRITZ ein. Herzlich Willkommen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017